Erster Dezember Vlog. Let's go. Heute ist der 1. Dezember. Bei mir ist es ein bisschen früher. Zeig euch mal, was ich die nächsten Tage so gemacht habe. Die letzten Tage vorm ersten Advent. Jetzt gerade schmucke ich hier ein bisschen mein Zimmer. Mit so'n Stern. Da ist eine Kette. Ein Weihnachtsbaum. Da schauen wir, was hinkommt dabei. Guck, ich geh selber was war. Da oben kommt's ein bisschen hin. Hier kommt so Kette. So ist mein Adventskalender. Funny Frisch. Bomben. Hier sind so Chips. Nies. Keine Ahnung, alles Mögliche. Dann hab ich noch Adventskalender. Bei meiner Oma. So ein Haribo. Auch selbstgemachten. Die steht einfach sogar noch im Preis von 9,99 Euro. Bei diesem Baum hab ich irgendwann mal gekauft. Nice. Super, ehrlich. Jetzt wird geschmückt. Reine Idee. Zeit draufhauen. Das ist das fertige. Der Weihnachtsbaum hat noch Batterie ausgetauscht. Dann mach ich gleich Licht aus. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Boom. Das ist das. Das ist das. Das ist das hier. Das ist das hier. cool und let's go, wir sehen uns im nächsten vlog oder doch nicht. Fertiges Resultat, Sternenhimmel, alles super, was noch in diesem vlog passiert, man. In War This Wild wird sich geschaut. Let's go. So verdient, das sei wohl so weiter für den zweiten Interesse. So verdient, richtig geile Folge gewesen. So Leute, macht alles aus. Wir sehen uns morgen, weil es wird ausgemacht. Ich erklärte es aus. Es ist alles aus. Nein, wir sehen uns morgen. Next day, zwei Tage vor dem ersten Tag. Bisschen Blitzlingerbock. Hier oben noch mehr. Die riecht nicht lecker aus. Und jetzt ist hier noch ein bisschen Puderzucker drauf. Zuckergusser zieren. Vielleicht geht's noch essen. Resultat. So Leute, es war richtig, richtig lecker. Richtig satt. 9,90 Euro für drei Weißwürste. Und eine Brezel. Denken waren teuer. 3,60 Euro. Ich nehme mir für eine Cola. Too much. Bayerisches Restaurant. Auch alles bayerisch gestylt. Ich habe nicht so viel gefühlt. Mein Opa war ein Geburtstagsgeschenk. Und ja. Erstmal richtig lecker. Brezel, 9 von 10. Weißwürste, 8 von 10. Hat es satt gemacht. Und schöner Abend. Tja, tja. Das Deko wird auch gleich angemacht. Gemacht. Closame, Laser Tag. Wir sehen uns zunetzt. Laser Tag war geil. War ein richtig cooler Birthday. Vi hat nie so viel gefilmt. Max, Andy noch. Es ist meine erste neue Adventscheid. Lerne! Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advents, falls ihr feiert. Falls ihr keine Weihnachtszeit oder sowas, ist natürlich auch okay. Ich liebe Weihnachten und freue mich schon komplett auf Weihnachten. Die Weihnachtsdeko ist so schön. Einfach auf Weihnachtszeit. Sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Bruh.